Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich schaue euch eben mal in meiner schlauen Bezzykruppie nach. Also hier müsste das sein. Mensch Lexipatz auf! Mann, nein! Oh nein! Meine schönen Worte und Buchstaben. Jetzt muss ich alles wieder neu montieren. Hast du vielleicht eine Strophe für uns? Nein, aber eine Katastrophe auf den Boden. Ich glaube, ich bin zu schwach zum Fliegen. Jetzt habe ich schon fast zwei Stunden nichts mehr gegessen. Oh, ob noch was da ist. Nichts mehr zu fressen im Krater. Sowas blöd ist aber auch. Der Beuling hat viel Wut. Das ist für uns nicht gut. Er fliegt jetzt hoffentlich gleich raus. Und wir werden nicht sein Schmaus. Der schaut in unsere Richtung. Da war doch was. Zeit, ich komm so voraus auf dein Versteck. für so kalt. Wie ein ewiger Haar auf. Hilfe! Ich glaube, die Welt geht unter. Sofort, hör aus, sonst fress ich dir an. Das heißt, das heißt ich. Und uns kannst du nicht fressen, weil wir echt blöd schmecken wie zwei Wochen, alter Döner. Ihr habt wohl mein Fressen aus dem Krader geklaut. Und deswegen will ich jetzt zu schwach zum Fliegen. Und deswegen... Elvis, du musst uns helfen. Wie soll ich euch denn helfen? Also du bist doch mit dem berühmten Elvis verwandt. Verwandt. Und wir suchen einen Tag für unseren super neuen Song. Also mit Elvis Presley bin ich nicht verwandt. Das wüsste ich ja wohl. Schade. Jetzt finden wir wohl nie mehr einen Text. Aber Jungs, nicht so schnell aufgeben. Na, du hast gut reden. Spencer will die Premiere sehen und... Ihr braucht nur etwas Fantasie. Denkt einfach an etwas Schönes. Zum Beispiel an Blumen. Los, macht mit! Na, klappt es? Riecht ihr sie schon? Na, das ist ja ein Ding. Aber wir können doch nicht über Blumen singen. Dann schreibt ihr einfach über etwas, was ihr erlebt habt. Aber wir erleben ja doch nichts. Zum Beispiel, zum Beispiel auf eurer Fahrt hierher. Ist da was passiert? Na, aber... Riecht ihr! Und darüber schreibt ihr! Ach du, du bist ja so klug! Wenn uns alles richtig stinkt, weil kein Lied mehr fröhlich klingt, und kein Ton sitzt ganz perfekt, weil im Detail der Teufel steckt, dann ergreift uns immer wieder unser altes Pistenfieber. Schließlich sind wir die Besitzer von dem superheißen Blitzer! Ja, wooh! 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 Vielen Dank.